Schönen guten Tag meine Damen und Herren, wir beherren uns hier aus dem sonnigen Winterberg. Wir haben noch schon wieder Stuhle Paxen, aber ich wollte nicht erst sagen, er soll recht was machen, aber ist ganz egal. Lass uns rollen. Wir haben immer gemäult. Oh ja, wir kommen auf die Titten. Lass die ist geil. Ja. Ich habe immer gemäult. Oh ja, wir kommen auf die Titten. Oh ja, wir kommen auf die Titten. Wo ist denn die Sandung da? Ich habe immer gemäult. Oh ja, wir kommen auf die Titten. Wo ist denn die Sandung da? Oh ja. Oh, oh.